Heute ist der letzte Tag meiner Make-up-Motto-Woche, also Tag 7 und ich dachte mir, auch heute mache ich was ganz Besonderes. Und zwar werde ich heute keine Prinzessin schminken, sondern wir machen heute Prinzessin-Skincare. Aber nicht nur das, es kommt noch eine riesen Überraschung, aber das seht ihr am Ende vom Video. Ich habe mir erstmal pinke Eyepatches drauf gemacht und dann eine Rapunzel-Tuchmaske. Ihr wisst ja, ich habe ganz schön viele Tuchmasken, ich würde schätzen so um die 100, 120 Stück oder so und die ist eine meiner liebsten. Genauso wie diese Badebaume hier, die ist natürlich auch von Rapunzel und oben ist einfach dieser Stern drauf. Die Badebaume habe ich ins warme Wasser reingeschmissen und während sie jetzt so aufglüht, schaut übrigens mal, wie cool das einfach aussieht. Dachte ich mir, ich bereite mal etwas für euch vor und zwar habt ihr mich die ganze Woche so krass unterstützt, dass ich mich mal bedanken wollte. Und wie kann man das besser machen, als mit einem riesen XXXL Disney-Paket? In diesem Paket ist wirklich alles drin, Make-up, Skincare, Badebomben. Und da ich noch eins oben drauflegen wollte, dachte ich mir, mache ich meine eigene Kollektion, die ja überall ausverkauft ist, auch noch in das Paket rein. Ich gehe jetzt baden und die Verlosung ist jetzt schon auf Insta online.